Ja, liebe Freunde, aufpassen. Ich freue mich, dass wir heute so schönes Wetter hier haben. Schönes Wetter relativ, aber wenn die Sonne so rausguckt, bitte aufpassen wegen Hitzeschlag. Kann ganz schnell passieren. Ich schlage vor, dass... Vielen Dank. Und ja, bereitet euch vor auf die nächste Hitzewelle. Wenn sie nicht diesen Sommer mehr kommt, dann im nächsten Sommer. Ich komme ja aus einem Bundesland, in dem es sehr viele renitente Bürger gibt. Zu viele, die sich von den... Die sich von den... Ah, das sind ja welche. Ich sehe... Ja, sind heute Sachsen hier? Also ich meine auch Niedersachsen und Sachsen-Anhaltiner und Angelsachsen und Quersachsen, Mittelsachsen, Hochsachsen, Westsachsen, Ostsachsen. So, also, was ich sagen wollte, diese Bürger, die pfeifen auf die Warnungen der Experten, wie zum Beispiel Karl Lauterbach, der hier in der Nähe arbeitet. So, und deswegen spiele ich mal ein Beispiel für ein Lied, was in Sachsen, gerade in Sachsen, im Moment erfolgreich ist und gern gesungen wird. Nach der Demo nochmal mehr. Wer Lust hat, vorne oder rechts am S-Stand, habe ich ein paar CDs noch zu vertaufen. Bis dann. Und ja, gut Spaziergang. Passt euch auch schön Sonnenschutz tragen. Bis dann. Tschüss.